Ich merke, ich bin ein bisschen nervös. Das finde ich voll uncool. Ich liebe an meinem Job, dass ich extreme Flexibilität habe. Dass ich am Morgen zum Beispiel noch Homeoffice machen kann und am Nachmittag noch schnell in die Vorlesung hineinhuschen kann. Und ich schätze das extrem, dass mein Team auch die Offenheit hat und mich auch dabei unterstützt, gerade wenn die Prüfungen sind und ich dann vielleicht zu wenig erreichbar bin im Geschäft. Was liefst du an deinem Job? Dass ich mit ganz vielen verschiedenen Leuten zusammenarbeiten kann. Und das macht es extrem abwechslungsreich. Das ist auch die globale Rolle, die du hast, oder? Ja, genau. Und dadurch bringt es auch gewisse Herausforderungen mit. Aber das macht es auch extrem spannend. Ich arbeite im Moment an der Produkteinführung eines neuen Ventils. Und dort war es extrem schön, zu sehen, wie wir als Team während der ganzen Einführung gewachsen sind. Kultur und Teamwork, das geht ineinander hinein. Und das schätze ich extrem. Meine Erwartungen an Siemens sind eigentlich absolut erfüllt worden. Das hat auch damit zu tun, mit meiner Generation ist auch Sustainability extrem wichtig. Und das war einer der Gründe, weshalb ich mich für Siemens entschieden habe. Ich wollte auf das Unternehmen arbeiten, das etwas für den Klimawandel macht, das in die richtige Richtung geht. Und ich wollte ein Teil davon sein. Durch das, dass es immer wieder neue Perspektiven gibt, denke ich, macht es auch interessant, so lange für das Unternehmen zu arbeiten. Das nervt bei der Siemens, der Kaffee ist nicht so gut. Ich bin nicht so anspruchsvoll. Ich freue mich. Vielen Dank.